hallo die jahre die vielen lieben dank für ein follow dankeschön aber warten wir mal mal viele haben wir fast wieder auf tasche bestellt haben wir noch nichts wieder können wir gleich direkt mal wieder was reinpacken zweimal nudeln einmal die darunter die roten einmal die zwei mal das glaubt so was drin okay einmal zwei mal kaffee zwei mal toilettenpapier milch jetzt auch da oben brot zum auffüllen hier okay dann bleibt das noch hier das ist der 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 und zwar mal käse so ich finde die joghurt auf solange da eh noch welche im laden sind viel viel schöner jetzt dass du so gut in die kartons reingucken kannst so hat durchaus zum bestellen eigentlich ne guck da war nur einer drin okay 5000 aber jetzt wieder so wir schauen uns mal die wände an kaufen wir erstmal farbe rot auch schöne farbe 4 farbe 7 es gibt viele farben hänge einmal wo ist die farbe jetzt was passiert mit den kartons was passiert mit den kartons okay das ist es nicht so hallo also du bestellst die farbe aber woher wird die geliefert die farbe keine ahnung hier ah ok da drunter ist die andere ah ok 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 kippst du quasi einfach nur dran 200 für eine so ne kopp ok ah ne da hast du das ah ok du hast direkt mit mir ah ok den geht's Oh, da macht er so viel, das... Naja. Der muss da ja auch noch hier die... Geht's, Alter. Kann ich die auch lagern? Ne. So. Ich bin jetzt auch einfach Mode-Designer. Aber Mode? Aber ja, auch. Äh. Ist das schwarz? Jetzt fehlt eigentlich schwarz. Wir machen noch. Ist das hier schwarz? Was soll ich das mal beschriften? Aber ich glaube, 16 ist schwarz. Ja, sieht schwarz aus. Ja, ist schwarz. So. Hallo. Hallo. Ich... Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich einfach. Ähm. Das passt, okay. Was haben wir hier? Käse. Lecker, lecker, lecker. Okay, okay. Okay, okay. Aber im Boden hast du so 10 Sinne. Der sieht nicht schlecht aus eigentlich, ne? Oder der hier. Kannst du den Decke eigentlich auch. Ähm. Komm, wir machen mal noch einmal auf den Lagen. Und dann holen wir eine neue Lizenz für neue Sachen, ja? Egal, technisch geht hier noch ein bisschen was. Heran an die Arbeit. Kleine Eier. Und große Eier. Ich denke, kleine und große Eier. Was war das denn? Ich hab denen mal kurz eine Motivation gegeben. Motivationsschub hat's gegeben. Hast du, die klatscht ja Siki. Eiskalt. Eiskalt. Eino übergelatzt. Nein, ich hab denen Eino 5 gegeben. High five. High five. High five. Und hui. Und hui. Guck mal, ich kann über die Menschen drüber sprengen. Aha. So, was haben wir hier? Mach die doch da rein, bitte. So, wir fangen von hier aus an erstmal. Da brauchen wir nichts. Einmal, zweimal, einmal? Einmal Apfelsaft, zweimal O-Saft. Einmal Apfelsaft, zweimal O-Saft. Einmal Apfelsaft, zweimal O-Saft. Ja, das passt. Das ist frei. Dann können wir das runterrutschen später. Äh, Seife. Achso, hier sind ja auch noch Tabs. Dann können wir das runterrutschen, zweimal O-Saft, zweimal O-Saft, zweimal Seife, einmal Shampoo. Einmal Shampoo. Einmal Shampoo. Einmal Shampoo. Das passt. Das passt, das passt soweit auch. Hier. Nicht anrufen. Nicht anrufen. Äh, Pablo. Und Nullen. Geht's zweimal. Ähm, hier. Den haben wir bestellt, Tee brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das haben wir bestellt, das haben wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist okay. Zweimal mehr jeweils. Und zweimal Parmesan. Ups. Alter. Ja, äh, und was darf ich denn? Ach, den haben wir ja hier. Mal was so. Dann sollte ich vielleicht doch immer erst bestellen, wenn der Laden offen hat, äh, auch wirklich nur dann, wenn mindestens drei Kartons draußen sind, ne? Man weiß ja nicht, wie viele die hier gerade wieder rumrennen. Gucken wir mal gleich mal vorsichtshalber im Laden rein. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Schick, schick. Ich dachte, er hat schon wieder festgebackt. Pablo. Tee, 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 tee. Ach so, hier war der, ne? Ja, genau, unter den Süßigkeiten. So. Parmesan ist ja quasi auch etwas, was er abends mal auf dem Sofa nascht, ne? Man kennt's doch. Hier Finger, nimm rein damit in die Tüte. Jeder kennt's. Was hat er denn da gerade gemacht? Verhält sich komisch. Oh. Hm. Wir brauchen Kuchen. Wir brauchen wir nicht. Finger anschlabbern, in die Tüte drücken und erotisch ab. Ja. Ja. Genau so. Hier machen wir zweimal. Ein Herz erfrischendes. Moin Moin, an alle durchgeknallt. Moin Kokalinchen. Mein lieber Hallöchen. Ah, Toilettenpapier holen wir dreimal. So was packen wir schon mal in den Korb. Das Öl zweimal jeweils. Zweimal das und zweimal das. Dann bestellen wir das nochmal schnell. Pfff. Ja, schön das jetzt ist jetzt nicht mehr rumrockelt, ne? Pfff. 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 Papier ist ist da neue Zutaten und neue Lizenzen machen wir den Bums noch mal auf jeden Fall noch mal auf da unten war ja der Reis ach du grüne Neune hallo oha jetzt kommt Passi jetzt wird's spannend jetzt könnte es spannend werden das Öl mitnehmen wir das mal mit auf ach du wartest ich dachte gerade dachte jetzt ist es schon soweit ich würde euch ganz lieben Grüße von Marisa ganz liebe Grüße zurück Passi dachte auch geht voran es geht voran okay die Spalt fülle ich mal auf nee ich mach das geh weg da mache ich Käse ja so lange die dann auch rum albern ne fülle ich mal mit auf hier das sollte ich vielleicht auch vorher gucken ähm Milch hat man hier nicht noch was nö wow Milch ist auch fast alle die Milch müssen wir auf jeden Fall denn nachbestellen bisschen was nachzubestellen hamstermilch mhm sicher musikistan kapri solle und amstermilch ich habe noch keine kirchen gegessen dieses jahr oh nee ne nee alles was ich einfach so ist schon nö fülle ich den tufisch noch mal auf traubensaft oder taubensaft wo ist ich so gerne köschenschein hier echt nicht und erdbeeren wie sieht es damit aus na hoffentlich auf jeden fall nicht noch die ganze nacht warten das ist ja echt das ist eine quali taubensaft frucht gepresste tauben schmackofakt so tag mal hier deine lizenzen das hier verwaltung lizenz butter müßlich das passt ganz gut ach du kannst auch andere kaufen muss nicht nach reihe kaufen das ist gar nicht so schlecht so viel käse kaffee mit ich würde das bestellen das passt besser zuerst mal hier haben wir nichts zu tun ja bitte warte mal kühlschrank kühlschrank wir bestellen das kühlschrank kühlschrank